Also der Granatwerfer ist echt nix für mich, ich brauche wieder ein Sniper-Kit. Warte, der Medi-Kit ist ja jeder. Ja, aber ich brauche noch ein paar Tabletten-Notes. Na toll, hier gibt es keinen Sniper. Ja, da ist doch ein Medi-Kit übrig. Warum heilst du mich jetzt? Weil du die wenigsten Leben hast und die übrigen nehme ich halt mit. So. Clever. Na, du bist doch ein Pro-Gamer. Hahaha. Immer wieder geil, wie du mit der Pumpe selbst auf fünf Meter kaum was kriegst. Echt? Ich finde die Pumpe bisher am genialsten. Oh shit. Ja, die macht schon... Du triffst halt auch gut von der Distanz, finde ich. Ja. Genau. Bei mir ist ja egal, du kannst halt während dem Nachladen auch schießen. Ja. Da kommt so ein Glibber-Ding. Und ein Zungen-Ding. Und ich habe ihn, glaube ich, nicht getroffen. Was ist der Wixer jetzt? Hinter uns. Da kommt noch so ein kleiner Jumperl. Und tschüss. Und tschüss. Oh. Ich bin irritiert. Jetzt. Danke. Uiuiui. Dankeschön. Lass hier mal in den Club gehen. Hahaha. Das ist aber nur D und nicht Double D. Ist ja langweilig. Zum. Da hinten. Ja, hier ist wohl eine Sackgasse. Toll. 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 Ah. Oh, bleib doch schnell. Haha. Na, jetzt kann man, jetzt kann man in den Club. Na, lass mal rein. Ab in die Bar. Oh, Combat Shotgun. Klingt doch. Guck mal, was ist das hier? Verteilen sich Munitionspakete. Oh, nice. Also, falls ihr mal Munition braucht. Kau, Vorsicht. Falls ihr mal was? Falls ihr mal Munition braucht, müssen wir es sagen. Ich habe einen kleinen Shop eröffnet. Du hast einen kleinen Shop eröffnet? Ja, guck. Hier, guck. Nice. Da bin ich ein Großer. Oh, zum Jump. Oh, shit. Wo bist du denn hin? Äh, ich habe keine Ahnung. Okay, dann hast du schon einen Überblick, oder? Wahrscheinlich hier links vorn. Dann sind wir halt hochgegangen. Ah, du bist nach oben. Wo auch oben? Wo bist du hoch, glaub? Ah, hier die Treppen. Ne, die nicht. Andere Treppen. Wir möchten uns noch nicht sagen, welche. Ach, innen drin. Ach so. Ja, aber hier komme ich auch noch von einem Dach zum Anderen. Klampfen, Feuerwerfen. Hm. Das geht aber auch nicht weiter. Hier sieht es doch gut aus, oder? Komm mal hier, über das Holz. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Vorsicht. Ja, dann läuft man hier. Hier ist aber immer auf, falls ihr euch habt. Ja. Oh. Oh. Denkt man einmal nicht, ist es ein Böser, ist es ein Böser. Ist es ein Böser. Ja, jetzt einfach lachen. Oh. Der geht mir runter. Und durchs Fenster. Oh, nicht bis draußen. Oh, nicht bis draußen. Oh, nicht bis draußen. Oh, nicht bis draußen. Oh, nicht bei dir. Oh, die machen. Oh, jeh. Hinter uns kommen ganz viele. Healt's' enough. Ja, lass mal ein Jazz klappen Nein, nein, Spritzer Ok, das klingt nicht gut Nein, Pookie, mir wurscht das Hier Jawohl Hat da jemand aus Versehen einen Molotov-Cocktail geworfen? Defi liegt da Ja, wer opfert sein Milch? Ja, dann heile ich mich mal kurz Oder hast du einen Platz frei? Ok Ich habe auch keinen... Achso, bin ich jetzt die Letzte, die du ganz habt, oder was? Bleib doch mal ruhig stehen Jetzt geh doch drauf! Mein Gott, du verdammtes Ding! Also wenn einer braucht, ich habe noch ein Medikit, ne? Ich habe das für Schmerzbein reingezogen Wahrscheinlich bei jedem auf Englisch, oder wie? Ja Die Mission gibt es vielleicht nur in Englisch Wir müssen da echt ein bisschen aufpassen, oder? Kommt mal hier mit, ich glaube, hier bin ich richtig Okay, gegen was schießt du jetzt? Schieß doch nicht in den... Gegenteil U horas ein jockey noch der schwer treffen ja alle im boden liegt hier irgendwo tabletten findet sagt bescheid nicht schön aber gut oh gott wo sind die ganzen witches da bleibt stehen ja nicht nur schnell auf den kopf ziehen wollen aber also hier drin kriege ich irgendwie immer weniger leben soll ich dich irgendwie verarzt oder so das spiel sagt nämlich ich soll dich wieder überleben beziehungsweise dich verarzten ich glaube wir müssen hier nur aus der nein da können wir nicht raus na scheiße ich habe ja noch 8 hp ok ich liege ich liege ich werde wieder willi pass 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 geh weg ich habe noch sechs so jetzt mich auch schwarz weiß das ist wunderschön da hinten ist da hinten ist die treppe hoffentlich reich das ist ja zünde feuer wo wir uns retten ja wo ich hoch lauf zum beispiel scheiße oh man das wird nix das wird nix das wird nix das wird nix ich habe das feuer gezündet weil daneben genau die witch war ja toll das war trotzdem sehr unüberlegt also der nächste schlag ist bei mir tot wo liegt er jetzt ich wo liegt er jetzt du liegst da noch unten im wasser ach du bist so doof echt egal rochelle hat ihm geholfen möchte irgendjemand mein verbandskit falls wir das überleben versteht sich ja also da hinter dir ist ein bisschen oh fuck vor mir kommen ein bisschen viele blöd da ist der schutzraum wo ja ich werde es nicht mehr erleben ich auch nicht ich sehe nichts mehr wo ist der schutzraum irgendwo hier ich sage es echt ungern aber mit hier fange ich nicht an okay du bist tot alles klar schön ähm find's halt gut dass du noch ein medikit hast aber kein sefi ja und trotzdem wenig abartig wenig leben hast na weil ich es nicht benutzt hab so schutzraum rechts links geradeaus der nicht vorhandene schutz doch das wird doch ja auch da vorne nein 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 egal ähm nindia zu spät aber kevin heil dich mal kevin stehst du noch na ja wir hatten noch ein paar hp ja ich habe auch medikit verloren jetzt durch meinen tod danke ja gut äh ja vielleicht hilfst du der alten noch kurz hoch tu was für die statistik ja genau damit du als held dastehst so viel dazu glaube ich lauf einfach ohne die weiter ne wenn der schutzraum davon ist irgendwo kannst du uns holen theoretisch ich habe nur noch nicht gesehen wo ich höre uns nur schreien ah ich wurde gerettet von wem vielleicht der schutzraum aufräumen wo ist der schutzraum ah aua ok wo ist der schutzraum hier aber ich muss erstmal durchkämpfen ah hier oder was ja aber aua ihr seid unzingelt hier kann nicht sein dass wir es jetzt noch vergeigen ganz ehrlich wuuh ihr legt noch ein medikit der ist aber schön ooooooooh denn mavin du musstest du leider sagen maaaaaaaaaaaaaa wenn zwar das minigun ups ok von rechts kommen noch ganz viele Ah, die kommen doch zu mir anstatt zu dir. Okay, Kevin ist umzingelt hinter dir. Vielen Dank. 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 , 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